Na dann erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen was über sich. Fast jedes Vorstellungsgespräch beginnt genau mit dieser Bitte. Doch was will denn der Personaler jetzt eigentlich genau wissen? Eine gute Frage, mit der ich mich schon ein bisschen länger beschäftigt habe. Ich liefere dir in diesem Video alle Infos zum Thema Selbstpräsentation und verrate dir, mit welchen drei Fragen du dich optimal vorbereiten kannst. Stellen Sie sich doch einfach mal vor. Hm, das klingt ja jetzt erstmal ziemlich harmlos, oder? Erzähle ich einfach ein bisschen was dem Personaler über mich? Ganz einfach und locker. Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Grundsätzlich solltest du nämlich im Bewerbungsgespräch nicht einfach drauf losplappern. Was du erzählen kannst, muss natürlich schon irgendwie in Bezug mit der Ausbildung stehen. Das gilt natürlich auch für die Selbstpräsentation. Bereite dich also auf jeden Fall super vor. Die Grundlage für eine gute Selbstpräsentation liefert das Anforderungsprofil in der Stellenbeschreibung. Die verrät dir nämlich ganz genau, welche Hard- und Soft-Skills für die Ausbildung gefordert werden. Hard-Skills sind berufstypische und fachliche Qualifikationen, zum Beispiel deinen Schulabschluss oder auch Fachkenntnisse. Bei den Soft-Skills geht es dann um persönliche Kompetenzen. Je nach Ausbildung wird dann zum Beispiel auf Organisationstalent oder auf Kommunikationsfähigkeit viel Wert gelegt oder auch auf dein technisches Interesse. Schau dir die Stellenanzeige also ganz genau nochmal an und schreibe dir alles raus, welche Qualifikationen und Fähigkeiten gefordert werden. Es ist wichtig, dass du dich bei deiner Vorstellung darauf beziehst. Nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel. Du möchtest dich für eine Ausbildung, sagen wir mal, zum Bankkaufmann bewerben. Das Ausbildungsprofil fordert einen guten Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife und ein gutes Zahlenverständnis. Zudem taucht in der Ausschreibung meistens so etwas wie Spaß am Umgang mit Menschen, gute Kommunikationsfähigkeit und hohes Verantwortungsbewusstsein auf. Für Schulabschluss, Sprachkenntnisse und sowas gibt es ja Zeugnisse, damit ist sofort klar, ob du die Anforderungen auch erfüllst. Auch das gute Zahlenverständnis lässt sich anhand der Noten in Mathe schnell ablesen. Bei den Soft-Skills, da sieht es ein bisschen anders aus. Hier muss der Personaler mit konkreten Beispielen davon überzeugt werden, dass du es auch drauf hast. Zurück zur Ausbildung zur Bankkauffrau. Wie du in der Ausschreibung sehen kannst, sind dafür vor allem folgende Soft-Skills wichtig. Soziale Kompetenz, ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Hobbys sind eine gute Möglichkeit, um deine Fähigkeit in diesem Bereich nachzuweisen. Vielleicht bist du ja Schulsprecher in einem Sportverein oder auch in der Jugendfeuerwehr oder so aktiv. Das sind alles Hobbys, bei denen du mit viel mit anderen Menschen in Kontakt bist und somit soziale Kompetenzen nachweisen kannst. Natürlich musst du da auch Kommunikationsfähigkeiten haben. Außerdem zeigst du, dass du gerne Verantwortung übernimmst und zuverlässig bist. Praktika sind auch immer eine super Möglichkeit, dich perfekt in Szene zu setzen. Besonders praktisch ist es natürlich, wenn du schon mal ein Praktikum in dem Bereich deiner Wunschausbildung gemacht hast. Dann weißt du schon so grob, was in der Ausbildung gefordert wird und du hast schon mal deine Soft-Skills in diesem Bereich gezeigt. Im Praktikumszeugnis hast du dann sowieso alles schwarz auf weiß stehen. Wenn du kein Hobby hast, was sich auf irgendeine Art und Weise mit der Ausbildung verbinden lässt und du auch noch kein Praktikum absolviert hast, ist das absolut nicht schlimm. Es gibt bestimmt etwas, mit dem du punkten kannst. Ist ein hohes Verantwortungsbewusstsein gefordert, kannst du zum Beispiel anführen, dass du schon oft auf deinen kleinen Bruder oder auch auf den Familienhund aufgepasst hast. Ich bin mir sicher, da findet sich was, was du auf jeden Fall über dich erzählen kannst. Du hast dir jetzt das Anforderungsprofil aufmerksam durchgelesen, die dir konkreten Anforderungen notiert und Beispiele überlegt, mit denen du nachweisen kannst, dass du das Zeug zum idealen Azubi für das Unternehmen hast. Jetzt musst du deine Ideen aber natürlich auch noch gut strukturieren, deine Selbstpräsentation sozusagen in Form bringen. Dabei kannst du dich an diesen drei Fragen entlanghangeln. Wer bin ich? Was kann ich? Und was möchte ich? Wer du bist, ist klar. Du stellst dich kurz mit deinem Namen vor, erzählst kurz, wo du herkommst und wo du geboren bist. Bist du noch Schüler, dann kannst du auch das kurz erzählen und sagen, in welche Klasse du gehst und wann du deinen Abschluss machen wirst. Hast du bereits einen Abschluss in der Tasche, erzählst du natürlich das. Das war es dann eigentlich auch schon davon. Bei den Fragen zu deinen Skills musst du natürlich darauf achten, dass du hauptsächlich Fähigkeiten und Eigenschaften erwähnst, die auch super zur Ausbildung passen. Da baust du die dann ganz einfach in deine Selbstpräsentation ein und belegst die alle mit Beispielen. Du bewirbst dich für eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker? Dann erzähl doch einfach von deiner Leidenschaft für Autos. Vielleicht hast du ja auch schon mit deinem Vater zusammen am Auto rumgeschraubt. Wenn du Bürokauffrau werden möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall Organisationstalent. Da kannst du dann zum Beispiel von den Schulevents erzählen, die du organisierst oder von deiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Sportverein, bei der du im Organisationsteam bist. Bei der Frage nach deinem Können gibt es wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Konzentriere dich dabei aber bitte auf die geforderten Skills. Genau dafür hast du dir ja die Notizen gemacht und glaube mir, die Vorbereitung zahlt sich garantiert aus. Was du möchtest, musst du ja eigentlich ganz klar wissen. Du möchtest nicht irgendeine Ausbildung machen, sondern genau diese. Damit rundest du deine Selbstpräsentation ab und kommst zu einem guten Schluss. Hast du von deinen Hobbys, Praktika, deinen schulischen und außerschulischen Interessen und Tätigkeiten erzählt, erzähl dann fast einfach alles nochmal zusammen. Natürlich kannst du auch schon ein bisschen auf deine Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen an die Ausbildung eingehen. Das musst du aber nicht machen, denn das kommt im Laufe des Vorstellungsgesprächs auf jeden Fall nochmal zur Sprache. Ein wichtiger Tipp ist noch, übe deine Selbstpräsentation einfach mit der Familie oder auch mit einem Freund. Bestimmt findest du jemanden, der Lust hat, einmal kurz den Personaler für dich zu spielen. Er oder sie muss ja im Endeffekt auch nur kurz fragen oder dich bitten, dich mal kurz vorzustellen. Den Rest machst ja du. Achte dabei unbedingt darauf, dass du deine Antworten nicht auswendig lernst, damit es im Vorstellungsgespräch dann zum Schluss auch noch alles flüssig ist. Freisprechen ist hier das A und O. Du trägst ja kein Gedicht vor, sondern präsentierst dich hoffentlich deinen zukünftigen Arbeitgeber. Hast du noch weitere Fragen zur Selbstpräsentation im Vorstellungsgespräch oder hattest du vielleicht sogar schon ein Vorstellungsgespräch und möchtest uns davon berichten, dann schreib uns alles unten in die Kommentare und besuch uns auf Ausbildung.de.